Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. So, wir haben ja beim letzten Mal, ja ne, klar, wir haben ja beim letzten Mal den Eingang hier zur Kanalisation gefunden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die doch mal an. Okay, das kriegen wir da nicht auf. Das heißt wahrscheinlich mal, dass ich entweder hier runter muss oder in das eine Loch dort. Ich gehe mal hier zuerst. Okay. Frostfett? Aha, na das sieht man. Okay, na das kann ja spaßig werden. Wenn es direkt so schon losgeht, dann weißt du, es wird richtig spaßig. Oh man. Äh, ja. Und äh, das ist der Vata-Scharme. Mhm. Hopp. Hopp. Danke. Okay, gut, dass ich direkt mein Schild raus hatte. Und gut, dass ich mich da entlockt habe von dem und aufgehört habe, den anzugreifen, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich hinterher gesegelt, vermute ich mal. Okay, und die un-deutische Gruftfahrer raus. Mhm. Hi. Ich hab sowas gefühlt, dass hinter mir jemand ist. Ja. Ich wusste es. Okay. Okay. Gut, wir sind gekappt. Okay, gut, wir sind gekappt. Gut. Gut, damit hab ich den. Nein. Okay, weil ich gesprungen bin, hat er mich da getroffen oder was? Oder was war da für die Erklärung jetzt? Ich trinke mal lieber was, sicher ist sicher. Hi. Dich hatte ich gesehen gehabt. Geht doch. Schön in den Arsch. Aua. Unangenehm. Richtig unangenehm. Aua, komm. Ne, 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 ne. Fuck. Fuck it. Ein Hit. Ein Hit hätte den Unterschied gemacht. Das war fies. Hm. Hi. Ich ignoriere euch dann jetzt mal einfach. Und hoffen, dass ich das kann tatsächlich. Hype Train. Ich hab hier den Hype Train. Ich hab hier den Hype Train. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen die mir alle brav hinterher oder? Ich hab hier den Köter. Ich hab hier den Köter. Aua. Aber nicht gut. Damit bin ich gleich tot. Kann ich mal bitte trinken? Danke. Nochmal trinken. Und zu. Aber. Schnell trinken. Danke. Auf ey. Aua. Trinken. Und. Ich. Sehe halt nichts. Aua. Au. Ich bin am Arsch. Hm. Nicht optimal. Ich möchte die 14.000 Seelen da ganz gerne wieder haben. Vielleicht kann ich die austricksen. Aua. 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 Ich nehm den Hype Train natürlich mit. Hol mir dann die 14.000 Seelen. Und versuche dann hier wieder zurückzulaufen. Oder. Ich hab noch ne andere Idee. Oh. Okay. Interessant. Oh. Fuck. Ich hatte mir die Seelen zurückgeholzt bekommen. Oh. 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 Das möchte ich kurz mal festhalten. Da ist offen. Hi. So. Diesmal mach ich's dann so. Hi. Heißt das, dass ich hier runter muss? Offenbar ja. Sniper Krabbe. Hm. Ah. Unangenehm. Also irgendwie hab ich so. Den Eindruck als ob das hier so richtig richtig unangenehm werden könnte. Jo. Da seh ich schon die. Da seh ich schon die. Da seh ich schon den einen Grund warum. Aua ey. Die macht ja immer richtig scheiße Schaden. Aua. Mox Kette. Aha. Hi. Was. Woh. Bäh. Was. Was. Nicht gut. Einmal bitte schnell finken. Oh fuck. Das war doch ätzend. Vorher hatte es eben doch so gut geklappt. Und jetzt? Ich war gemein. Da hat die einfach auf mir rumgehackt. So, heil. Aber ich merke schon, das ist hier ganz großer Spaß, dieser Bereich. Nein. Ah. Ah ja, stimmt ja. Ich muss hier runter. Hier runter. Nicht heilen. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Erst mal. Hier ist die erste Krabbe. Ähm. Äh. Nicht gut. Ich bin gleich tot. Okay, ähm. Heil. Später. 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 Hey, das sind meine Gegner. Okay. Gut, dann. Bis gleich. Und jetzt lasse ich halt, warum bin ich in der Sackgasse, ey. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, wieso führe ich mein Schild zweihändig da gerade. Hier ist das Tor von einem Gerät versperrt. Ja. Gut. Verkackter, komm mal. Oh, fuck it, ey. Der macht halt echt richtig viel Schaden. Okay, das ist nicht gut. Ey, nochmal direkt. Alter, ey. Der Hummer ist ja mal richtig aggro, ey. Äh, ähm, ja. Äh. Hi. Kann ich mal bitte? Nein. Bitte lassen. Ich möchte den... Danke. Können wir den einmal haben? Hi, Hummerchen. Oh. Oh, nee. Wart mal, hä? Okay, doch. Hier war... Welches kann der nicht hier durchschießen? Das wäre ja noch schöner. Wenn er das könnte. Und mit schöner meine ich nicht schön. Ja, Hummer verpisst dich. Oh, fuck. Da kann er natürlich reinschießen. Hm. Der Hummer muss weg. Der Hummer muss weg. Oh, fuck it. Da ist noch ein Hummer. Ich habe das Gefühl, dass das hier sehr lustig werden kann gleich. Glassplitte. Mh, mh. Hi. So, geschmisch dann. Hi, du auch. Ja. Au. Nicht schön. Ähm, äh. Das was? Bitte. Au. Gut, ähm. Ja, ich bin bei der Hummer losgeworden. Also, ich habe... ...alle Items hier. Bei der Hummer bin ich natürlich noch nicht los. Ähm. Okay, hi. Okay, gut. Okay. Okay, dann habe ich jetzt einmal resettet. Sehr schön. Dann fahre ich einmal hier nach oben und schaue nach... ...wo ich hier oben... ...bei rauskomme. Ich habe doch irgendwie den Eindruck, dass hier... ...ja, hi. Da ist die doch die. Hi. Found you. Heilig Drachenteil ist mal ein Plus 1. Sehr schön. Äh. So. Hi. Hi. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich... Oh. Hi. Ähm. Nope. Kann ich das Ding... Nein, kann ich nicht wieder zu machen. Wäre aber auch zu lustig gewesen. Dann würde ich mal vermuten, dass ich unten längs muss. Ist jetzt mal so reine Spekulation. Huf, 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 huf. Huf, huf, huf. Huf, huf, huf. Huf, 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 huf. Huf, huf. Da sind die Hummer. Huf. Huf, huf. Sorry, meine Nase juckt gerade ein wenig. Okay, halt. Ansonsten hier ist nichts. So. Hi. Ich weiß, hinter mir ist noch einer. Dann kriegt das Katana einmal hinten rein und dann ist es auch wohl. Geisterteil, die hier 6, mhm. It's a bait. It's a bait. It's absolutely a bait. Hi. Oh, ich habe jetzt mal letztens mitbekommen. Jupp. Funktioniert. Hi. Okay. Hi, Dickie. Du alleine hier, friendo? Okay, du hast Axt. Das, wenn ich schon mal ganz Vorteil habe. Okay. Das, wenn ich nicht so Vorteil habe. Das du einer von denen bist. Aber, äh. Aber, sehr unangenehm. Gleich mal bitte. Okay. 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 Das ist nicht gut. Einmal kurz trinken. Aber nicht gut trinken. Oh. 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 Unangenehm. Okay. Alright. Er ist angry Nicht gut Einmal zurück kurz Hi Aber einmal schnell trinken Uff Verformte Axt dafür bekommen Naja hätte auch besser sein können für den Stress gerade Aber na gut Verformte Axt hätte ich nur dies Falle Mhm So ich sitze da mal kurz den Cut Geht natürlich direkt weiter Vorsicht vor Monster Mhm Oh hi Sorry aber auf dich habe ich da mal gerade keine Lust Okay Wo Das sieht so Ne warte mal das ist nicht derselbe Ort Hier ist ne Gräberteil Hier Warte mal da muss Nein da bin ich nicht richtig Aber Kann ich mal bitte Danke Ich möchte hier kurz Ah Ich gehe dann mal hier kurz weiter Okay das sieht sehr ähnlich aus wie dem eben Aber das sind Ich glaube das sind andere Nachrichten die hier sind Hier sind keine Feuerfuzzis Hier ist ne Nachricht die war vorher nicht da Okay Das heißt das sieht zwar gleich aus ist aber was anderes Hier vielleicht irgend Hier ist auch ne Gräberteil Ah die Stehen doch auf das habe ich doch gesehen Interessantes Interessanter Aufbau für so'n Ding muss ich sagen Der Bataille hier 8 Mhm Ah du bist tot? Hi Okay der lässt mich da Der betreut da seinen eigenen Dann Brauche ich mich um den nicht zu kümmern Der kann da meinetwegen so friedlich und sowas bleiben Wie er nun mal ist Nicht hier Okay da ist jetzt zu Das heißt jetzt muss ich auf jeden Fall hier links Ich finde das wirklich einen sehr interessanten Aufbau hier von Für dieses Für dieses Dungeon nenn ich's mal Ich weiß dass du kuscheln möchtest ich will aber nicht kuscheln Okay da ist noch einer Der ist mir egal Der Bataille hier 8 kommt mir bekannt vor Mhm Hi Hi Dicke Aua nicht gut Aua i fuck it Kannst du gar nicht gut Oh Ähm Ich spring mal kurz durch Hey ist hier noch ne Muss ich jetzt zurück Oder was ist jetzt hier der Plan Die Zähigkeit voraus Aha Ist jetzt hier Immer noch kein Hebel Okay 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 daher Aufzug versuchen dann würde ich mal vermuten dass ich hier jetzt hoch muss Oh, okay, interessant Alter, dieses Ding ist hier aufgebaut Es ist ja echt Echt crazy hier Komm, ich möchte jetzt nicht nochmal drauf gehen Nicht bin ich so kurz Alter, ich hoffe zumindest, dass ich kurz davor bin Das Ding ja geschafft zu haben Nein Ah Ja, hier ist der Hebel Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet Sehr schön Sehr, sehr gut Das dürfte dann hier gewesen sein, wahrscheinlich Und damit dürfte ich dann Iob hier wieder beim Anfang sein Sehr gut, dann kann ich mich an das An den Ort der Gnade setzen und dann Auf zum Bossfight Alter, das Ding war ja auch Freaky Oh, immer Packung Ich mache Feind voraus Aber Gefahr Okay Hi Ähm Ähm Ich mache bitte Hallo Aber Unangenehm Ach du Scheiße Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Fuck it ey Nicht gut Das war nicht gut Der war mal sehr unangenehm Die Combo Aber irgendwie habe ich es halt auch nicht vernünftig hinbekommen Dafür zu sagen, dass die mich nicht So einfach ins den Kilnen Hi Hi Kann ich mal bitte Danke Okay Okay, so Finger voraus benötigt Mhm Ah, Freude Zeit für dies Rumpf Mhm Irgendwie glaube ich dem nicht so ganz da So Inventar Was Ich habe gerade keine Ahnung was ich bekommen habe Muss ich mal einfach sagen Okay Saat habe ich vier Das Da brauche ich definitiv noch was Äh Flucht des Saatbeets habe ich zwei gerade Sind das irgendwelche Hier noch irgendwas was ich neu bekommen habe Ich glaube ich habe Ich glaube das Blutverlust in der Nähe Die Angriffskraft Hatte ich das schon vorher Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau Ich weiß es echt nicht mehr Egal Okay Okay Hm Was ist das wirklich gewesen Ich kann mir irgendwie kaum vorstellen Dass das es jetzt war Gibt es hier noch irgendwie Hi 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 So oben war... Ah, fuck nicht. Hier war jetzt nichts oben, oder? Nee, du bist da nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob... Hier irgendwas? Hi, ähm. Sorry, ich möchte mal kurz hier... Keine Ahnung, wo ich... Bin ich hier jetzt schon richtig, oder? Was passiert, wenn ich... Was passiert, wenn ich hier jetzt längs gehe? Hier jetzt längs gehen, nachdem ich einmal... Okay. Well... Ihr seid... Ihr kommt unerwartet. Aua. Fieser Rescue Move. Okay, damit ist der schon mal weg. Sehr schön. Hi. Gut. Sehr schön, den habe ich noch richtig hinbekommen. Aua. So, Geisterteile hier, mhm. Goldene Rune. Aha. Aha. Da ist nichts weiteres. Aber was ist denn dann in dem Falle, wenn ich hier hochgehe? Okay, hm, hier komme ich nicht weiter. Aber gut, dass ich mir das hier wenigstens schon mal angeschaut habe. Oh, hi. Ich hätte ich da ganz vergessen gehabt. Mein... Nicht Freund. Du bist nicht mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Das ist nicht mein Freund. Okay. Okay, das ist da. Da kann ich einmal weiter. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich erstmal... Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da erstmal hoch soll oder... Ich denke einmal... Einmal schaue ich mir hier oben nochmal an. Hier irgendetwas... Kein Ritual voraus. Mhm. Nee, da kann ich nicht runterspringen. Wo komme ich hier nochmal hin? Okay. Okay, hier komme ich da hin. Mhm. Das Ding habe ich ja schon benutzt. Das heißt, dass ich erstmal... ...wieder nach oben sollte, denke ich. Hm. Also, ich weiß, dass es hier irgendwo noch weiter geht. Das... Das ist der Grund, warum ich bisher hier noch rumlaufe, ohne... ...ohne sozusagen Sinn und Verstand. Die Frage ist nur, wo geht es hier weiter halten? Ja, euch ignoriere ich mal. Ich... Warte mal, vielleicht... Nee, hier unten ist nichts drunter. Da ist die Wand. Hier ist doch, ach so, verborgener Pfad voraus, weil, weil da ein verborgener Pfad wäre, wenn... So, hier kam der eine ja gleich runter gesegelt. Da oben, ja. Hi. Ist hier unten, was? Nein. Au. Fuck it, ey, das ist doch nicht... Okay, das war Knappkiss. So. Aber tatsächlich, hier ist nichts für mich weiteres. Hm. Warte mal. War das vorher auch schon so? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Nein. Ich glaube aber ja. Um ehrlich zu sein, das dürfte auch schon so gewesen sein. Hier ist nichts. Hi. Das finde ich jetzt aber nicht toll. Das heißt, dass ich hier im falschen Zyklus bin, quasi. Oh Mann. Dann muss ich... Woll einmal wieder rumrennen. Ja. 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 Okay. Wahnsinn voraus. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier... Fuck. Kein Ritual benötigt voraus. Kein Ritual benötigt voraus. Mhm. Hallo. Danke. Ertrage es nicht. Mhm. Schon gut für dich, dein Ertrage ist halt nicht. Hm. Da komme ich nicht weiter. Hier ist die... Hier ist das Tor aufgegangen. Hier ist das. Okay. Dann setze ich mich mal ran. Hm. Und das alles, was ich jetzt nochmal machen würde, wäre halt zu schauen, ob ich... Ob ich nicht doch hier oben vielleicht noch irgendwie... Irgendwo weiterkommen könnte. Hi. Ja, dich da unten hatte ich schon. Ich mach dich aber gerne auch nochmal. So, das... Ist leider auch weg. Aber theoretisch könnte ich an dieser Schnecke gut farmen. An der Schnecke. Hm. Da ist nicht. Hundert... Zweiunddreißig Bewertungen. Na, danke sehr. Hm. Was ist der hier? Hi. Ich sollte doch nur... Mal... Vorbeischauen. Okay. Okay, okay, okay. Dann ist auch egal. Dann werde ich an diesem Punkt jetzt einfach diese Folge beenden. Und vielleicht beim nächsten Mal weitersuchen. Oh Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.